Sehr schön. Sie ist entschieden. Bei ihr gehört man, dass sie es auch will. Wie hast du das Gespräch gefunden? Wir haben gehört, sie hat noch Kriterien erwähnt. Die Eltern haben gewisse Kriterien. Dann hat sie gesagt, was passiert, wenn ich aus Liebe heirate und das scheitere. Dann habe ich noch die Unterstützung der Eltern. Ich glaube, das eine oder andere, ob das Liebesheirat besser oder arrangierte Heirat besser, oder dass du deinen Partner in der Online-Plattform kennenlernst. Hauptsache, du entscheidest selber. Es ist dann deine Wahl. Wenn du dann sagen kannst, ich will das, dann ist es auch in Ordnung, legitim. Ich frage mich dann auch, vielleicht wäre es noch zu gut zu fragen, ob auch die Kriterien, die ihre Eltern haben. Sie hat z.B. Bildung erwähnt, Status, Kastensystem, was im Hinduismus sehr wichtig ist. Und die Hautfarbe kann manchmal sein. Und dann auch familiäre Hintergründe. Das sind die Kriterien der Eltern. Wichtig ist natürlich bei der arrangierten Heirat, dass diese Kriterien, nicht deine Kriterien, widersprechen. Es kann sie z.B., ich weiss es nicht, vielleicht kann Darsha dann sagen, vielleicht will sie ein Mann, der humorvoll ist, vielleicht sportlich, braune Augen oder schwarze Haare, blonde Haare. Wenn du das Gefühl hast, das ist so, das widerspricht nicht. Und wenn das alles für sie auch in Ordnung ist, dann ist das natürlich für sie eine freie Wahl. Wenn es Widerspruch gibt zu den Kriterien, dann müssen wir natürlich entscheiden, bist du dann auch bereit, den Kompromiss einzugehen? Sozusagen, dass du dann sagst, okay, meine Kriterien sind nicht erfüllt. Ist das jetzt ein Zwang für dich? Du hast das Gefühl, ich mache jetzt einen Kompromiss, wo mir das nicht gefällt. Das ist dann immer auch die Betroffene, sag ich mal die Braut oder Brütige, die künftige Braut oder Brütige. Sie müssen dann entscheiden. Wir können ihnen den Weg zeigen, so ist das, das und das sind Konsequenzen, so sieht es aus. Ich meine auch bei einer Liebesheirat. Wenn du in einer Liebesbeziehung bist und du willst dann heiraten, musst du dann auch alles überlegen. Man sagt ja auch, wie bist du vergänglich und blind, was auch immer. Also, dann müssen wir auch viel überlegen und dann sagen, wie läuft es nachher die Beziehung. Zum Punkt, dass wir dann nachher zu den Eltern gehen können. Vielleicht ist sie jetzt 19, es kann sie als Jugendliche denken, was passiert, wenn ein Problem kommt. Wenn sie dann später erwachsen wird, ich glaube, dass Darsha auch in der Lage sein wird, dass sie dann auch ihre Probleme auch selber lösen kann. Das ist dann auch wichtig, als das Jugendliche im Bild hängt, wäre ich dann in der Lage, meine eigenen Probleme zu lösen. Und ich glaube, das könnte die zweite Generation oder Personen wie Darsha, sie haben Fähigkeiten, sie haben Ressourcen, sprachlich sehr gut. Schweizerdeutsch, Hochdeutsch, hat natürlich auch bessere Berufsstands- als Älteren. Also, sie ist schon jetzt, sage ich mal, gut ausgestattet. Sie ist auch kritisch. Ich glaube, das ist auch so. Also, ich habe sie jetzt kritisch erlebt. Und ich glaube, das ist eben auch das mit dem Generationen, den du angesprochen hast. Ich glaube, dieses kritische Denken, ich glaube, das ist schon sehr wichtig. Genau. Aber bei ihrem Fall sieht man, dass sie sehr klar ist, was sie will. Und ich glaube, wenn eine Person wirklich weiss, was sie will, oder was er will, dann ist es klar. Es ist eben auch so, es gibt drei, ich sage mal ganz kurz, es gibt drei Positionen bei arrangierter Heirat. Es gibt die eine Position, sie sagen, es gibt ja eine Heteronormativität. Das heisst, wir müssen irgendwann einmal heiraten. Das Wann ist auch schon definiert und das Ob gibt es keinen Platz. Das sind vor allem auch liberale Frauenrechtlerinnen oder Feministinnen, auch radikale Feministinnen, die diese Position vertreten und sagen, jede arrangierte Heirat ist auch eine Zwangshürat. Weil es ist eine Erziehung zur Ausweglosigkeit. Wir von zwangshürat.ch können diese Position verstehen, aber wir erkennen auch, dass es Leute gibt, die wirklich aus freien Willen sagen, z.B. bei Tasha, da sagen sie, ich will, dass meine Eltern für mich zukünftigen Mann suchen. Man kann sich vorstellen, es gibt so zwei Kreise, arrangierte und Zwangshürat. und die Position von zwangshürat.ch ist, dass sie mit dir eine Schnittmengen gibt. Und dass man das auch rechtsstaatlich, auch legitim ist, wenn es ein reiner Arrangement und der freie Willensäusserung ist, dann ist das eine legitime Form. Aber es gibt eine dritte Position, die behauptet, es gibt zwei Kreise, arrangierte und Zwangshürat, und die haben miteinander gar nichts zu tun. Das finde ich dann heikel. Das finde ich jetzt auch, ja. Eben, es ist schon eine Grauzone, also jetzt so, wie ich es jetzt so mitbehebehe, habe ich sonst gewusst, es ist eine Grauzone. Ja. Es ist wirklich so. Genau, genau. Sonst ist es einfach, wenn man sagt, ja, es ist die Kultur, sie machen halt arrangiert. Wenn man dann so argumentiert, dann finde ich, es ist kulturrelativistisch und banalisierend. Das sehe ich auch so. Ich habe gehört mit Ihnen den nächsten Facebook-Kommentaren, und zwar von Suna Schilin. Sie sagt, bekommt man in der Schweiz als Schutz Asyl, wenn man Zwangsfreiheit verheiratet werden soll? Weisst du das? Also im Jahr 2006 hat die damalige Asylrekurskommission in einem Fall entschieden, bei der Äthiopierin, dass sie Asyl der Schweiz erhält. Ja. Wir haben, also ich will jetzt nicht sagen, viele, einige Fälle haben wir auch, wo wir versuchen, dass diese Person in der Schweiz dann einen Schutz haben könnte, dass sie einen besseren Schutz hat in der Schweiz. Okay. Sehr gut. Meine Lieben, wir reden so viel, dass wir jetzt mal eine Pause brauchen. Ihr auch, damit ihr euch vielleicht noch ein bisschen vom Wundschreiben erholen könnt. Darum gehen wir gleich in die Werbung. Und nach der Werbung werdet ihr erfahren, was man machen kann, wenn man vor einer solchen Situation steht. Oder wenn ihr jemanden kennt, die in einer solchen Situation ist. Darum bleibt dran. Das ist ganz wichtig. Und bis gleich.